Wer ist der coole Ancient-Typ, der alle Chicks in die Kiste kriegt? So, verdammt richtig! Wer ist der blonde Superman, dem keiner widerstehen kann? So, habt ihr's kapiert? Wer ist der coole, der nie wegrennt und keine Angst vor Gangstern kennt? So, so sieht's aus. Sie sagen, dieser Sloan ist ein harter Mutterfrau. Halt dein Mann! Aber ich spreche doch von Sloan. Dann geht das okay, Bruder. Er ist ein komplizierter Mann, verstehen können ihn nur die Frauen. Dann geht's ein Ha, 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 ha!